Dramatische Szenen in New Yorker U-Bahn. Ein 60-jähriger Mann ist bewusstlos ins Gleisbett gestürzt. Sofort eilen vier Polizisten zu Hilfe. Einer von ihnen springt ins Gleisbett, die anderen laufen ans Ende der Plattform, um den einfahrenden Zug zu warnen. Officer Lupin Lopez versucht zunächst den Mann wieder zu Bewusstsein zu bringen, was er auch schafft. Doch als klar wird, dass der Polizist den Mann alleine nicht zurück auf den Bahnsteig giefen kann, kommt ihm ein weiterer Fahrgast zu Hilfe. Zusammen helfen sie dem Mann zurück auf den Bahnsteig. Nur wenige Sekunden, bevor die nächste U-Bahn in die Station einfährt. Der Senior muss zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017